Ja, Momo Leute, euer Sehoi hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Heute begeben wir uns wahrscheinlich irgendwo anders hin. Was ist das denn? Hallo, das leuchtet doch, ich seh das doch. Okay, es leuchtet aber vor sich hin. Äh, heute werden wir nach draußen gehen und ich habe da eine Kutsche gesehen, in die wir, wir ist wahrscheinlich reingehen müssen. Ich glaub, wir besuchen die Stadt. Will er mir eine Lektion an der Stadt erteilen? Wir haben auf jeden Fall schon viel gelernt und heute erfahren wir, was wir heute lernen. Guten Morgen. Wünsche ich dir auch. Willst du verreisen? Ich habe entschieden, das Haus herzurichten und du wirst mir dabei helfen. Steig ein. Ach, ich darf im Warmen sitzen? Cool. Das mache ich doch gerne. Ich werde rumkutschiert. Ich bin quasi der Diener von dem alten Herrn, aber ich werde rumkutschiert. So gehört sich das. Nee, aber ich bin halt sein Schüler und Schüler müssen sich normalerweise unterwerfen. Nicht, dass sie jetzt irgendwas Rassismusmäßiges denkt. Keine Sorge. Huch. Kamera hat sich geändert. Oh Gott, das kann ja ewig darum mit ihm. Naja. Somit sind wir wieder in der Stadt. Das ist unglaublich. Die Leute, dieser Lärm, die Gerüche. Ich könnte Tage hier verbringen und hätte nicht die Hälfte der Wunder gesehen. Früher habe ich einmal dasselbe gedacht. Heute bevorzuge ich die Ruhe des Landlebens. Es gibt so viel Leben hier. So viele Möglichkeiten. Für wenige, mein Junge. Für wenige. Da will ich auch mal reden. Ich wollte den Brief wegbringen und ich will da hochklettern. Verdammt. In der Nähe ist ein Laden. Kaufe die Sachen auf dieser Liste. Sag ihnen, wo die Kutsche steht und sie werden sie beladen. Verstanden? Ja. Gut. Und du brauchst doch einen neuen Namen. Deine Haut ist hell genug. Du könntest glatt als Spanier oder Italiener durchgehen. Besser, man hält dich für einen Spanier als für einen Eingeborenen. Und beides ist besser als ich. Das ist nicht wahr. Wahrheit und Wirklichkeit sind nicht immer dasselbe. Wie würdest du mich denn nennen? Connor, ja? Okay. Ich hab's gemacht. Ich hab ihn nur fünfmal erwähnt. So. Ich will da hoch. Alter, mal aus dem... Wo ist dein Kröckstock? Ich glaub, er betet einfach nur. Er betet. Manche Leute beten komisch. Und Achilles gehört dazu. Ja, unser Name ist Connor. Ich hab ihn schon mehrmals erwähnt. Einfach nur, weil ich den Namen schon kannte. Und es war für mich Gewohnheit, ihn Connor zu nennen. Aber jetzt könnt ihr ihn auch Connor nennen. Nicht mehr komischer Indianer oder so. Hat sich gerade die Ufer erstellt? Ich glaube schon. So. Einmal kurz hier hochklettern. Tjak, tjak, tjak. Er meint, er kann hier Stunden verbringen und würde trotzdem nicht alles sehen. Am Arsch! Du siehst jetzt alles. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn da. Bei den Eiern, ey. Kann er nichts mehr zu sagen. Ja gut. Rennen wir mal los. Ähm. Ich weiß, der Ton ist irgendwie gerade ein bisschen spackig. Äh. Ich weiß nicht warum. Aber ich versuch das mal, dass er voll geht zu ändern. Ich bringe den Brief weg. Ich bringe den Brief weg. Den wollte ich schon die ganze Zeit wegbringen. Vielen Dank. Bitteschön. Ja. Danke für das Gespräch. Hey, danke Mr. Indianer für den Brief. Auf den habe ich nur 10 Jahre gewartet seit deiner Geburt. Vielleicht bin ich auch schon 16. 16 Jahre. Hey, jetzt mal im Ernst. Wir haben den Brief vor, weil sie sich wie viele Jahre bekommen, als Connor noch nicht mal geboren war. Und jetzt geben wir den Brief erst ab. Also, was erwarten die? Ja, die Post ist nun mal langsam in der Zeit. So. Vielen Dank. Ja, und jetzt verpiss dich. Gut. Wir haben dann nochmal einen kurzen, äh, Turm, den wir erklimmen können. Und müssen. Wenn wir mehr sehen können. Und da sind irgendwelche Papiere. Also die ganzen Sammelbahnen, die werde ich wohl selber sammeln. Einfach, weil mir das zu lange dauert im Let's Play. Hey, wir möchten ja keine 50.000 Folgen machen. Okay, cool. Einfach cool. Zero hat es einfach drauf. Der kann nicht nur klettern. Nein, der kann sogar auch springen. Wie ein Großer. In den Tod. Vorsichtig. Ah. Ich mein, ich hab jetzt zwar Namen, aber meine Klamotten und meine Frisur. Ich bitte dich. Obwohl, wenn wir schon mal hier sind, ne. Komm her. Komm her. Hey. Wo willst du hin? Alter. Ich nöfe das Ding einfach weg. Seiten des Einwanderach. Yay. Ich seh überhaupt gar nicht aus wie ein Indianer. Nein. Fälle Bogen? Nö. Ich brauche die Sachen von dieser Liste. Wirst du bezahlen oder lieber tauschen? Einiges davon habe ich. Einiges nicht. Holz ist schwer zu bekommen, seit mein Lieferant verschwand. Aber ich habe Werkzeug und Pech. Nägel auch. Wohin soll ich das alles liefern? Unser Wagen steht am Statehouse. Okay, wir haben zwar nicht alles bekommen, aber das dürfte übrigens wahrscheinlich reichen. Wer sitzt im Parlament? Was ist hier los? Alle Mann! Kommt mit uns! Ist das der Aufstand vom Boston? Ich glaube schon, ne? Was ist geschehen? Genau das werden wir herausfinden. Kommt mit, so Kingstreet. Wir zeigen's denen. Am Zollhaus ist was los. Kommt alle mit. Das muss der Aufstand vom Boston sein. Das ist der Statehouse. Das kennen wir auch schon aus. Fallout 4. Das ist so cool. Das ist einfach so cool, in beiden Zeiten gewesen zu sein. Einmal in der Zukunft wie zu der Vergangenheit. Das ist einfach crazy. So, kannst du mal ein bisschen schneller gehen? Wo ist dein Krückstock her? Ein letztes Mal auseinander! Versammlungen dieser Natur sind verboten! Wir gehen nirgendwo hin, Bastard! Leute! Geht doch zurück nach England! Nichts Gutes entsteht aus solchem Chaos! Geht zurück nach Hause und alles wird vergessen! Niemals! Ihr müsst für eure Verbrechen bezahlen! Ihr Feiglinge! Sieht mit Gewehren auf Unbewaffnete! Wir haben keine Angst! Da! Es reicht nicht, nichts nicht mehr! Ist das? Mein Vater? Ja, das heißt, es wird sicher Ärger geben. Du musst jetzt seinen Komplizen verfolgen. Die Menge ist ein Pulverfass. Er darf die Lunte nicht zünden. Aber... Nichts aber. Tu, was ich sage und bloß! Komm her, du fetter Feigling! Du schießt ja doch nicht! Hey, Rotrock! Na komm! Benutzt das kleine Gewehr! Erziehe dich! Muss jemand verfolgen! Es ist schwer, sich in einer Menge zu verstecken, die sich mir entgegenwirft. Ich bin nicht gut! Du da! Was soll denn diese Aufruhr auf eurem Townhouse? Euer am Townhouse? Ich bin doch versteckt! Ich bin doch versteckt! Uuuuh! Soll ich nicht lieber klettern? Was? Der ist doch niemals aus dem Bild! Komm, dreht dich um, Mann! Will ich nicht ewig stehen! Willst du mich verarschen oder so? Alter, ne halbe Ewigkeit hängt er da! Der klettert hoch! Das wollte ich grad tun! Ja, ist ja gut! Jetzt drehen wir nicht durch, Spiel, ja? Da ist er doch! Er wird schießen! Er will schießen! Jetzt geh doch! Verdammt! Hm, er ist weg! Oh gut, dann mach ich weiter! Die Gedanken eines Verräters! Und ich muss schon wieder niesen! Jedes Mal, wenn ich SS-Senspiel spiele, muss ich niesen! Dein Plan ist gescheitert! Nicht ganz! Ihr Hunde! Feuer! Der ist ein Massaker von Boston. Und wer ist schuld? Die Templer! Jetzt soll ich auch noch sterben? Nee! Ich mach euch kaputt! Ich hab das Tutorial noch nicht gespielt, aber ich mach euch trotzdem kaputt! Zack! So, ich bin mit dir! Ich bin das Massaker von Boston! Verdammt! Ich bin mit dir! Das waren gar nicht die Templer! Das waren die Assassinen! Oder ich! Ach, ich muss fliehen! Ist mir egal, ich töte alle Ich töte einfach alle Oh, okay, du bist ein bisschen stärker Okay, laufen wir einfach Komm, scheiß drauf Ich muss in 30 Sekunden fliegen Tschüss, Leute Ich hab noch 20 Sekunden Okay, jetzt kann ich mich irgendwo verstecken Und dieser Brunnen sieht gut aus Das ist kein Brunnen Verdammt Okay, ich werd den Zusatz nicht schaffen Ich hätte nicht kämpfen sollen Ich hab's nicht gesehen, dass ich fliehen muss Okay, dann kämpfe ich mit euch Gar kein Problem Schussbahn frei Wer ist denn Schussbahn frei? Arsch Zack Au, ich dachte ich schaff's noch Der läuft immer weg Ich weiß nicht, warum er es tut Ich will einfach nur blocken Und davon funktioniert's wieder nicht Nicht besonders Okay Höchst unzureichend Immer noch gar nichts Verpiss dich halt, ey Ganz ehrlich Irgendwo reicht's auch Ich bin noch nicht gut genug Komm doch leben Ja Okay Vielleicht hätte ich mich noch nicht mit denen anlegen sollen Ich hab noch nicht wirklich die Erfahrung Naja Naja Ich weiß gleich, wie ich das früher mal gemacht habe Ach, ich hab mein Zeitlimit wieder für euch Oh Dann war es ja doch nicht so schlecht Dann war das ja richtig gut Er hat's nicht geschafft Lol Hä? Das war easy Ich muss lernen Ich muss üben Auf zu schießen Oh, der ist noch zu gut für mich Vielleicht ist das Timing Ah, je früher ich zuschlage Umso besser ist das Ne, bei dem geht's einfach nicht Ist das ein spezieller Typ hier oder was? Ich weiß es nicht Ach, du bist ein Stimper, Mann Lass mich in Ruhe Jetzt lass mich in Ruhe, Mann Ich werde gegen euch kämpfen Und ich werde gewinnen Ups Das war die falsche Traste Nein, ich werde jetzt nichts machen Äh Wie mache ich das jetzt? Oh Ja Am besten so Alter, wenn du mich jetzt tötest, ne? Ich hasse dich auch Für immer Aha, da ist ne Wand Okay, ich kann ihn einfach nicht treffen Wir werden auf ewig jetzt hier so stehen bleiben Ich kann ihn nicht töten Guckt's euch an Ich schlag ihn eindeutig in den Rücken Keine Ahnung, was das sollte Ich weiß es wirklich nicht Egal Reden wir zu Achilles Wir haben damals im Fallout 4 von dem Massaker von Boston gelesen Und jetzt haben wir es kennengelernt Und jetzt haben wir es kennengelernt Uh So schnell kann es gehen, ne? Hey Mein Pferd, was ist mein Pferd umgekippt? Ganz ehrlich Leck mich Das ist ungewöhnlich Hey, okay Keine Ahnung, was das sollte Wo ist er denn jetzt? Wie weit bin ich denn gelaufen? Sag mal Oh, da können wir wieder ein Brief abgeben Zwischendurch einfach mal Hä, was hab ich denn getan? Kannst du nicht? Ah, du bist ein Noob So, what? Sag mal, kannst du irgendwie sterben oder so? Gott Ich glaube einfach Komm Ach, okay Komm her Tschüss Tschüss So Da haben wir schon drei Büro für den Brief weggebracht Ich bin mir begeistert Äh Du bist dich Achilles Du bist Achilles Bursche Connor, oder? Ich sah, was am Bürgerhaus geschah Schöne Bescherung Wer bist du? Samuel Adams Steht zu Diensten Achilles bat mich, dich aus Boston herauszubringen Erkläre Die ganze Stadt sucht nach dir Hört her, hört her Ein Krimineller treibt sich um Man gibt ihm die Schuld am Massaker am Townhouse Die Bevölkerung soll die Wache rufen, wenn er gesehen wird Zehn Pfund für alle Hinweise, die zur Ergreifung des Ehre führen Ach das alte Spiel, wir kennen es ja schon Fang damit an, diese Steckbriefe abzureißen Komm zurück zu mir, wenn du sie abgerissen hast Ja klar Lass den Verdächtigen rumherlaufen und seine eigenen Steckbriefe abziehen Das wird überhaupt gar nicht auffällig sein Nein, nein, nein Bullshit Ich hab gar nichts gemacht Aber ich bin ein bisschen rumgeklettert, ja Hallo Ey, nein, wie ging das? Verdammt Ich wusste nicht mehr, wie ich das mache So, einmal da Hier, geht's auch noch mal Ja, mittlerweile geht's doch wieder, ne So, willst du auch noch mal? Ich kann nicht reden, so lange noch Steckbriefe übrig sind Alter, ich bin hier am kämpfen, Mann Was willst du von mir? Hau ab Es gibt Dinge, die ich einfach nicht wissen muss Verdammt, die hätte ich ablocken müssen gleichzeitig Ich verstehe nicht, wie ich die Dicken jetzt momentan fertig machen soll Ich hab auch keine Pfeile mehr Aber ich muss hier loswerden Ha, was? Das war nicht der Plan Das ist schon eher Wie mach ich jetzt das mit denen? Ich weiß nicht Ich hab auch noch kaum Leben Und bei dem funktioniert auch gar nichts irgendwie Nö, das funktioniert grad irgendwie nicht Vielleicht, weil ich zu wenig Leben habe Ah, jetzt hab ich wieder volles Leben Mal gucken Nee Verstehe ich nicht Da steht Verteidigung durchbrechen Ich hab's versucht Ich wollte grad weglaufen Ah Was, was, was soll das? Wieso kann ich die Typen nicht töten? Na gut, ich bin noch, ich bin noch unerfahren Ich geb's zu Aber trotzdem Na gut, Freunde Ich würd sagen Wir sehen uns morgen bei den Steckbriefen wieder Und Dann Steuerung hat Waffen Geräte Letzte Animos Erinnerung Benachrichtigungs Keine Ahnung Irgendwo steht's da bestimmt Wir sehen uns morgen wieder Haut rein Euer Zero Tschüss